Yo Leute, was genau, ich bin's wieder, euer Conor David, und herzlich willkommen zu Part 2 von Let's Play We Play. Im letzten Part haben wir hier Schützenfest, oder wie heißt es nochmal, ich zock's jetzt nicht, aber es heißt, im letzten Part haben wir Schützenfest gezockt, und Leute, ich hab jetzt mir's aufgefallen, man kann hier, wenn man hier den A-Button drückt, also, warte, wenn man hier so ein A-Button, und wenn man halt hier so, so mit da drückt, dann kann man verschiedene auslösen. Okay, und was ist hier? Okay, tut es gut? Okay, nee, so tut es mir gesperrt. Ähm, so, bevor ich's mach, ich muss mal schnell meine Brille holen. So Leute, ich hab jetzt schnell meine Brille angezogen, ähm, ja, weil ich mit der Brille besser seh. Ja, das mein großer Bruder Miggi da hinten im Hintergrund. So, das nächste Spiel, was wir jetzt spielen, ist Miggi Wimmel, Stufe 2. Finde den gesuchten, finde die gesuchten Mies in der Menge. Ziele mit der W-Förmedienung und trifft deine Wahl mit dem A-Knopf. Also, entweder gibt's da eine Reihe Zwei Gleiche Mies, oder Miggi in eine andere Richtung schauen. Eigentlich einfach, also hier zum Beispiel, so gar nicht, das ist der Nick, ein Kumpel vom großen Bruder, für die Zwillinge. Ist eigentlich relativ einfach. Ach, ups. Easy, oder? Ich mein, ich könnte sein, dass meine Dings hier spackt, weil... Ähm, okay, das ist ein bisschen schwer. Wo ist das? Hä? Ach so, Bray, bin ich dumm. Man muss dein eigenes Brief finden, Bray. Für die Zwillinge. So, jetzt aber. Ähm. Weil hier die Zeit Mies... Für mir gibt's die Zwillinge. Ähm. Wo sind die Zwillinge? Hä? Wo? Ach da, Bray. Oh mein Gott, ich bin so dumm. Ja, sorry. Zwei Mies passen nicht. Das hier. Das hier. Ja. Warte, die Leute, die Kundenzahlen. Also, zwei Mies schauen ihnen die Gegend in eine Richtung, wisst ihr? Hm. Oh mein Gott, sieht der hässlich aus. Ich bin die Zwillinge. Oh. Okay, ich muss mal laufen, aber... Das ist Panda. Was sind die denn Zwillinge? Ah, da! Zwei Pandas. Ja. Zwei Pandas. Nice. Den schnellsten. Okay, also hier gibt's einen, der lauft. Ach. Ja. Da hinten, das sieht man gar nicht mehr. Man hat ein Motorrad. Hände Zwillinge. Okay, hey, wir schwimmen diesmal ein bisschen. Schau, was muss ich hier trinken? Hallo? Hallo? What the fuck, wer ist das denn? Hä? Ah, da! Hier, so. Jetzt. Bin ich mehr so gut in dem Game. Ich finde die Zwillinge. Okay, ah! Äh... Ja, aber nicht zwei gleiche? Und dann habe ich mich da geirrt. Doch, da! Und da! So, beide gefunden. Den schnellsten, okay. Oh, da. Ja. Meta-Reise. Ja, meine Geschwister haben damals in die richtig komische Mies erstellt. Zillinge, okay, okay, okay. Die Fahrstühle. Ah, hier. Und hier. Ah, da ist ein Bruder Yashi. Ja. Ja, drei große Brüder. Für die Zwillinge. Hm, okay, dann geht's mal. Ich muss jetzt ja fokussieren, was hier... Ha! Oh! Oh! Hä? Und hier war ich hier eine? Und hier? Ich hab hier eine, oder? Bro! Komm schon! Ah, ich hab keine gefunden. Wo? Verkackt. Bro! Die Zahl ganz gewesen. 13 Runden. Guck mal. Guck mal. Ah, ja. 13, ja, ja. Was? Für die Fies runden? Holy crap. Nee, versuch's noch mal. Noch ein Versuch. Okay. Diesmal nicht weiter. Mein Vater verreckt gerade zum Hintergrund. Er macht aber... Äh, he. Verreckt, Alter. Spaß. Also, ich bin sehr weit gekommen. Da gab's noch irgendwas hin, wo das, äh, wo es dunkel war. Und dann gab's, äh, genau. Und dann gab's noch so eine Stufe, da musste man ein bestimmtes Mi finden. So, die ist so. 2B ist passlich. Okay, ich sehe schon mal. Okay, ne, 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 ne? Die beiden. Finden wir wie Zwillinge. Warte. Sorry, dass eben die Reflexe von Menschen haben, wie von mir mit der Teenie oder so. Okay. Das ist ganz genau 8, ne? Oh, da ist doch weiter. So, wie geht's das? So, so. Okay, das wird ich sagen. Oh nein! Was machst du? Ich mache gerade ein YouTube-Video. Ich bin der Fahrer verreckt wieder. Oh, meine Mom! Meine Mutti! Hallo, Mama! Der schnellste. Ah, da! Hey, der war doch da! Hä? What the fuck? Sieh der endlich aus. Kreditklinge. Okay. Ähm, nein. Das weiß ich jetzt nicht. Ah! Für die Zwillinge. Die gibt es ja nur noch als Zwillinge. Die ist von uns ganz genau. Da, Frosch! Kann alles zu ändern um, sondern es ist keine Ahnung, wie hässlich man sowas machen kann. Machen wir nicht fest. Pauli! Okay. Wo ist Pauli? Da ist er! Hallo Pauli! Für die Zwillinge. Ah, ja genau! Da gab es den Weltall. Kann ich mich auch erinnern. Ah! Spongebob! Zeig mal! Hallo Spongebob! Na ja! Kann ja nicht easy sein. Komm, ich will schaffen ja. Ah ja! Hier! Hier! es ist doch nicht so aus genau dann gibt es hier so ein dunkler gast das war dann die schwierige stufe ich schaue mal wie weit ich schaffen kann das ist ein bisschen schwierig ja die schlafmütze, hier pennt da einer wo ist der penner, wo ist der penner wo ist der penner, ah da ist der penner frog glaube ich oh drillinge jetzt gibt es hier drei personen genau oh das geht länger diesmal dieser part ok das hat ein bisschen herausforderung ok ein doch ein schmetterling und wo ist das nächste der nächste schmetterling der nächste schmetterling da im schnellsten oh naja der zylinderfreak man jetzt aber jetzt hab ich nicht der gibt es das ist auch mein oh was der ist das okay okay peace nice man muss doch sie doch auch da noch ein vorstellt die es wieder ich möchte also mit die die meinungsvolle Das ist so schwer Ola, Sands! Wo ist... oh mein Gott, guck mal Okay, und da war auch eine Menschenmenge drin Der Rekord war wie in 44p Dann würde ich sagen Das war's dann mal mit dem Part Okay, das würde ich sagen Das war's Das war's mit dem zweiten Part von Let's Play WePlay Vergesst bitte nicht zu liken, zu abonnieren und die Glocke zacktieren Damit ihr keinen anderen Videos mehr auf diesem Kanal von dem coolen Wir sehen uns im nächsten Video wieder Macht's gut Bis dann und tschau, euer cooler David